und und stöcker die ich nicht habe und leuchttod auf weg noch mitgenommen viel von 26 alter schräger gehen wir eben ganz kurz durch den wald weil ich glaube dass du einfach nur blind ist und du eigentlich super viele stöcke hier hast das kann sein ja ich frage diese unterstellung einfach mal bei mir ist unglaublich viel das kann eigentlich nicht sein dass bei dir gar nichts ist ich hole mal das popcorn aus wo du wirst dich dazu stellen warum die rennt die 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 oma rennt gerade um meine leiter um macht ringe rein um meine leiter weißt du sollst immer angreifen kannst du was wirklich in der nähe nichts das ist seltsam wenn ich auch ich meine du könntest versuchen baum zu fällen und dann immer wenn der baum nachwächst den halbfertigen baum abzubauen so habe ich es auch mal gemacht aber der doch hier ist doch ein dünner oder da gibt der loks schon zu dick verdammt okay hat echt bock um den um die treppe stock stock okay ich bin doch voll auf stock dann ich kurz zu dir runter was wirklich direkt neben dem worf gebaut wieder zeigt doch so kriegt die auch nie modi und wiederum und wiederum rennt das wenn man das an die zum zu bringen wo ich bin ich grad gleich bei dir ich erledige die für dich wie den hasen gerade eben warum habe ich jetzt schaden bekommen falsch haben durch hunger ich hab kein essen ich von gerade ach sie macht den muss ja moin klar hier und wohnert relativ in der näher ich habe schon wieder schaden gekriegt modi ich schnell essen ich muss sehr schnell essen hier gut dann bräuchte kurz ein provisorisches feuer oder wie viel kostet doch jetzt ich hatte doch jeden fall ja meine fresse daher modi direkt von der schnauze hier ja ich hab dich gerade dreimal gefragt hast du dir irgendwo ein feuer doch ich habe gesagt ja da drüben irgendwo das nicht gehört gut du kriegst einmal durch kriegst einmal das ist ja dann ist was junge ist doch was ich habe nichts brauchst du brauchst du brauchst dafür eine plattform keine stöcke du brauchst holz jetzt bin ich den ganzen weg umsonst hier gerannt eben hieß es noch stöcke das ist gut nein ist es nicht es ließen die stöcke hättest du mal das buch warum krieg ich jetzt schaden ich habe doch etwas gegessen so weißt du weißt du was wenn du jemals stöcke findest hier ist ein stockhalter ich bin wieder weg dankeschön hast doch medizin dabei so nee aber ich mache jetzt die jetzt voll so alles was ich habe herzlichen dank ja ich habe medizin aber es kommt bei mir in den schrank punkt ich gebe dir vorher nichts ich krieg aus irgendeinem grund schaden warum krieg schaden kann das sein ein bisschen was aber nicht genug um mir schaden zu geben hast du durst oder hunger jetzt voll das grad war es ein bisschen auf rot aber naja ich war mir den weg es wird ich glaube ich ganz damit der nacht ist und man schlafen gehen keine sorge ich bin sofort ich bin sofort wieder da beziehungsweise du kannst einfach gut schlafen gehen ich bin gerade nicht drin ich komme darüber danach sollten wir vielleicht ganz normal aufhören können wir nicht für holz am ufer das nehme ich recht auf dem weg mit spiel sieht so das spiel sieht so hässlich aus am abend in der armen und ja so ein bisschen gräulich hattest du noch nicht schlafen jetzt kann auch nicht nicht noch unterwegs drin ist dann warte ich mal auf dich ich bin glaube ich stöcke reinballern sie kommen was hast du mal eben zwei knochen für mich mal schauen wenn du bist ja gleich an der hütte dann kannst du ihn gerade in kronenleuchter reinballern und der fag entweder ist das hier verbracht oder ich habe hier wirklich ich sehe dich nicht kannst du mal schlafen bin der hütte auch ein bisschen erhöht nicht mal schlafen sehr schön kannst du kurz gucken ob du zwei knochen hast weil dann kannst du gerade den kronenleuchter für mich fertig machen da brauche ich nicht auch nicht lang geworden modi ja ich habe exakt drei knochen passt dann packt zwei rein hängt über dem feuer ich danke jetzt haben wir stil pfeile kannst du hier nehmen wir haben zwei ich glaube das müssen 20 stück insgesamt sein ok zwölf stück habe ich jetzt immer nur tag ja es ist alles klappt ich habe noch einen lockt speichere gerade mal hier tu das ich baue kurz das haus das sprengstoff lager fertig dann kann ich da meine dynamit sachen lagern und dupen essen hast du dann dabei ich kann kurz auf das was aufs feuer legen ich brauche nur einen lockt hier so lassen durch passiert so durch wie gesagt ich habe hier gut ich habe hier gutes triff gleich so ich habe da ich habe viel damit hier hingelegt finde ich jungs scheiße dass man nach dem auf dass man nach dem schlafen und aufstieg durch die margen der hat das realistisch aber warum muss das realistisch sein ich lege dir noch mal das hier drauf so ich habe essen auf dem tipp auf dem feuer ok ich auch gleich das ist doch schön ja interessant ja ich bin kurz noch mal raus dann habe ich jetzt schön acht dynamit läuft jetzt habe ich mal eine ich hab sie mir nicht verpösen ach so dass nicht damit ich meine ich habe ich bin ich das bumm macht damit habe ich fünf stück ja ich mache mir denke ich eine reihe mit dynamit eine reihe mit monos hoff sobald ich alkohol wieder finde ich bin so cool dass ich einfach bei jedem respawn hier und ich habe kein erstes ich habe kein trinken richtig alle krieg ich habe also ja die kann ich ich kann dir kurz eins drüben platzieren kann ich respawn bei mir eins bauen ja das wäre ganz sinnvoll und man kann ja du kannst ja eben den bauplan hin machen und schon mal alles füllen ich kann dann die schildkröte hinzufügen ok das ist ein guter plan besser oben was mit oben machen könnten aber ich weiß jetzt wo das loch ist cool und wasser sammler vier stöcke und ein schildkröten ja habe ich alles gerade hier stehe ich dich oben hin also noch mehr stücke nice sind doch sehr viel mehr stöcke ich brauche nur noch ein schildkröten links ja wie gesagt ich komme gleich mal rum ich spreche noch einmal kurz ich habe ich habe gerade vergessen dass die verdammte plattform noch nicht fertig ist dann bin durch hier weil es ist mir glaube ich dass mir glaube ich auch zweimal passiert dass ich bei dir war also beide mal ich bin weil das obere das ist jetzt gemein dass das obere als erst gebaut wird und denkst du es schon fertig und dann bist du durch ja das ist wasser darunter deswegen ist der aufprall hey ich werde von ihm angegriffen das mag ich nicht greifen sie mich bitte nicht an ich denke er wird darauf hören ich muss kurz was machst du kurz ich muss kurz noch mal beitreten ok ich bin gerade gestorben will ich damit sagen ich habe keinen bock vom flugzeug dahin zu laufen also sich überleben oder du brauchst mich nicht wiederbeleben ich bin nicht tot ok nicht mehr zumindest in diesem moment bin ich nicht mehr tot ich war gerade drüber kommen können das brauchst du absolut nicht wie gesagt ich kann halt jederzeit einfach ran gehen und sagen ja bin wieder da na dann ok ich bin sogar von voller stöcke das ist wundervoll soll ich dann kurz zu dir rüber gehen oder ja du willst den panzer mitbringen ja ja genau und vielleicht kannst du auch ein bisschen medizin mitbringen nein ich sie kriegst du nicht weil meine schränke sind nicht fertig sobald die fertig sind kein thema aber ich möchte auch im vorrat haben weil das ziemlich selten ist wie es aussieht aber da sind jungs hey muss grad zeug liefern kein problem ist nur einer und er ist tot mein gott es macht doch den ganzen spaß hier habe ich da gerade einen ignoriert und wenn er weiter gespruntet ja bist du weil die mich gerade angreifen weil die mich gerade fokussen 8 von 26 ich glaube da müsste das mal nächstes mal weitermachen der plattform entstehen ist auch immer sehr schön im mikro ja das passiert wenn ich mir halt denke warum warum komme ich überhaupt hier rüber warum tue ich dass ich könnte drüben in meiner hütte sein nächstes mal bauen wir dann jene hütte drauf sehr schön bist du das wort oder was ja natürlich so ich will auch nicht den ganzen weg überrennen bin ich bescheuert oder was ja aber gut der entschuldigung ich habe meine hütte drüben ich habe gespeichert ich will jetzt auch ein trinken ding bauen weil ich habe ja genug an aber ich würde ich würde mal sagen modi das war also wenn du nicht ist nicht unbedingt ich baue ich baue mir jetzt ganz kurz was hast du dann noch bringt ich baue mir eben das getränke ding bei mir sowas auch irgendwann ausgehen könnten ja mach das mal ansonsten komme ich mal zu dir rüber weil ich baue dann die post man ist auch anwesend keine sorge der ist tot die post dann kriegt ein headshot das ist einfache mathematik aber er schild schön im feuer und steht mit seinen beinen in meinem boden aber das ist ein anderes thema gut trinken ding ich bringe übrigens ein bisschen besucht mit ihr kommt ein bisschen ja du keine sorge meine axt hat genug für alle die fünf leute kommen hinter mir hinter mir er hat doch noch akku auf dich nein er hat akku auf dieses eine winzige eichkörnchen da irgendwo am ende der merke ja jetzt hier aus bei dir ja guck mal die light show kannst du diese die die fleisch rüstung duplizieren dass wir das von mir das das kann ich eben machen moment dann nehme ich sie einmal kurz komplett ist ja auch eine habe ja ich habe selber auch noch keine oh dies komme ich daran oder ich habe ich habe meinen stopp gespendet für dein für den dingen was du hier musst ja ich habe ich mit dem zweifeln halb vollständiges ich werde auch mal wie wir auch haben wir sprechen so ich habe ja ich habe es halt einmal gespeichert dann kann ich alles wieder anpacken wenn wir feiern machen dann spreche ich meine können wir nächsten mal weitermachen an dem sprecher ich habe ich habe offensichtlich noch zwei fleisch rüstung übrig gehabt ja cool dann kann ich zwei fleisch rüstung anziehen dass man eine geben momente ich gebe dir gleich alles also du kannst ja ein moment dick aus ja gut dann habe ich halt gleich keins mehr aber ist egal ich respawn gerade einmal dann kannst du gleich das ding vom rüstungs ständer nehmen aber was noch eben damit ich verifizieren kann er sich auch genug habe ich war zu so ich bin wieder da ich gucke ins inventar ja nimm dir das vom rüstungs ständer nehmen wir alles fleisch schade dass man sehen kann dann ich von außen sehen kann ja ein bisschen so dann kann ich wieder alles das fleisch ran packen schwarz 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 ja schön da wie sie sich aus money fleischig dann würde ich komme gleich die gleiche moment wo die komplett die fleisch liegen gerüstung die lüste bei dir hoch jeden moment ich komme nur grad dann trage ich meine eigene dann siehst du wie es aussieht ich hab mal und ich habe ich habe gespeichert das passiert ich komme auch hier nicht raus money ich stecke jetzt muss sich hier bewegen können hier kommen wir raus dann siehst du wie du siehst tag 1 25 6 haben wir heute 10 uhr 10 uhr 13 ich habe hier noch eine knochen rüstung im inventar alles klar wenn ich habe ich vorhin genommen ja ja hier will jemand schiss sagen warum die kommen wir schon noch die kommen um schiss zu sagen du brauchst dich du brauchst dich darauf einschlagen ich gehe einfach hin und schieß ihnen aus nichts daneben teil ins gesicht dann sterben die schon kann ich dich bewegen nein kann ich nicht bewegen doch kann ich okay ist das jetzt noch mal wozu ich werde jetzt einfach ich werde jetzt einfach kurz trocken okay liegt auf dem dach ich habe es gesehen interessant liegt auch auf dem dach liegen auf dem dach muss ich von der seite machen oder ja ich muss von der seite machen alles klar es war jetzt mal noch ein tolles bild zum schloss ja ich finde es auch sehr schön dass sie einfach unter den schädeln ihrer freundin modi hier wird noch jemand hinter dir mensch moment ich erledige die ja das war kein headshot ich schaue das sind kein headshot na ausgewichen blöde sau ich habe da hinten vogel erwischt glaube ich kein headshot headshot sehr schön da kommt noch einer durch 9 greif an die höhe passt immerhin mein gott greift doch an durchs auge ist sehr schön mussten die lady die liegt die liegt irgendwo da einmal aufs feuer mit weiß nicht was mit den knochen macht vermutlich einen stuhl aber na dann ja ich glaube jetzt sind wir an dem punkt wo wir keinen respekt mehr vor denen haben ich gehe mal speichern ich schaue sie meine pfeile nicht durch die gegend ja möglicherweise habe ich den haus abgebaut du hast mein haus nicht abgebaut du hast wahrscheinlich den schrank abgebaut du hast den schrank abgebaut alles gut ich wollte speichern ich weiß dass mich hat geschlagen speichern tut man mit c so ach die scheiße es hört hier nicht auf heute alles gut ich habe ihn geheadshot wie üblich seit ich herausgefunden habe dass das eine möglichkeit ist sie einfach komplett zu one-shotten habe ich gar keinen respekt mehr vor denen mein gott ich weiß nicht wodurch ich schaden gekriegt habe aber ich respawn mal eben mein gott ja na dann ich bin gleich wieder da moment 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 warte kurz ich will zumindest die knochen noch einsammeln so sehr schön na dann bevor jetzt noch der nächste kommt ja der vogel brennt jetzt nehmen wir die knochen ein speichern und ja ja alles gut lasst uns gehen das ist abhauen das nächste mal weiter ja das war doch jetzt unterhaltsam speichern meinen charakter so na dann rt post schön im tisch perfekt dann bin ich jetzt dauerhaft raus dauerhaft ja bis zum nächsten mal halt ne ich respawn jetzt nicht na dann ich fahr heute ja ein zwei mal in der folge kurz aus dem spiel raus ne mhm so ein zwei mal aber nur aus dem so Untertitelung des ZDF, 2020